Ich hab mich bloß nicht richtig umgeguckt. Geh mal hier lang, spaßhalber. Okay, da komm ich auch durch. Und ja, komm ich bloß wieder runter. Hä? Oh. Sorry. Da komm ich nicht lang. Oh, er ist fertig. Hier komm ich nicht drüber. Hm. Gute Frage, nächste Frage. Was übersehen hier? Hör mal. Ja, toll, Verwaltungsblocker reichen. Wie jedem. Hm. Nun gut, nun gut. Und hier komm ich wieder hier hin. Oder hab ich hier irgendwas aufgemacht jetzt? Nee. Auch nicht. Das war offen. Komm ich auch noch wo hoch? Bäh. Ich versteh's irgendwie nicht. Ja, ist ja okay. Geh schon nicht näher ran. Oh. Okay. Trennen der Lichter. Der Strom ist noch da. Elektrizität. Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei beiß dafür, dass irgendetwas Normales, irgendwie menschliche Kraft noch einen kleinen Teil des Mount Massive kontrolliert. Aber nichts menschliches oder zurechnungsfähiges kann hier irgendetwas tun. Außer zu überleben und selbst. Das hält meistens nicht lange. Du warst immer die, äh, vernünftig, Lisa. Du würdest mir sagen, ich solle mich hier beruhigen und mir einen Überblick verschaffen. Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort. Was auch immer den, äh, Strom am Laufen hält, versucht mich hier gefangen zu halten. Ich muss ihn wieder ausschalten. Ja, das haben wir doch gemacht. Ich bin scheinbar. Ich geh jetzt nochmal runter. Oder ist das hier so ein, so eine Sache, wo ich schnell sein muss? Warte mal. Ja, hier komm ich runter. Versteh's irgendwie nicht. So, er ist trotzdem nicht da. Hä? Ich bin kein Arzt, du Arschloch. Hä? Hat dich den scheiß Schalter nicht betätigt? Ah, warte, warte, warte. Oh, scheiße. Welche ist denn jetzt? Nein, natürlich nicht. Au. Was ist denn die scheiß Türe hier? Okay. Ich bin ja schon lange nicht mehr gestorben. Wurde mal wieder Zeit. Ach. Aber. Hab ich das, hab ich das selber nicht mitgekriegt? Das ist den scheiß Strom. Ja, danke, dass ich den scheiß Strom aufgestellt hab. Ich würd auch gern wissen, äh, wie das hier läuft, wenn man das zum Beispiel jetzt auf, ich weiß gar nicht, was da stand, Albtraum oder so spielt. Müsste man dann nicht theoretisch gleich tot sein? Muss ich hier überhaupt hin gleich? Ja, muss ich. Okay. Boah. Okay, okay. Okay, die Musik hat auf. Nein, der ist aber noch da. Alter, warum geht die Musik... Das war fies, kannst du dir sagen, was du erzählst. Wenn die spannende Musik weggeht, dann hat der Gegner weg zu sein im Spiel. Dann steht der einfach hinter mir. Boah, was schade. Hätte ja funktioniert können. Ah, fuck. Oh, fängt ja mal. Ey, das ist so fies. Da geht die spannende Musik weg. Denk ich doch natürlich, dass der weg ist. Komm, wann ist hier der... Ah, toll, er hat mich. Oder auch nicht. Geht's irgendwo rein? Ja. Ach. Naja. Gut. Hat das Spiel wahrscheinlich gedacht, es gibt's nicht so eine Trottel wie mich, die dann das trotzdem noch verkacken können. Haben sich wohl geschnitten. Okay, ich dachte, er hat vielleicht Batterien. Ach, dieses Gehetze hier, ey. Das ist furchtbar. Was haben die überhaupt gegen uns? Ich bin kein... Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ach, schade. Habe ich Glück gehabt, oder kam jetzt der Wallrider nicht? Hat Billy uns in Ruhe gelassen? Hat er? Wird Billy uns wiederholen? Wird er uns wieder drücken wollen? Hat uns Billy nach allem was passiert ist noch nie? Entschuldigung. Ey, diese stinkend faulen Wachen hier, ey. Nur am Rumgangeln, nicht mal Batterien am Start. Äh. Oh. Ähm. 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 Scheiße, hätte ich jetzt nicht über Billy reden sollen? Was war das? Was war das? Ähm. Machen wir zu, ja. Bloß für den Fall der Fälle. Oh. Lalalalalala. Der Tönow weiß ich nicht. Oh. Also hier müssen wir bestimmt nicht lang, weil hier eine Batterie rumlag. 4 von 5, okay. Ist nicht schlecht. Können wir mal mit leben. Okay, hier komme ich sowieso nicht hin. Da-da-da-da-da-da. Na? Was für Schlafwandeln, was? Ging nicht so gut für dich aus, wa? Entschuldigung. Und bevor einer rummeckert, dass ich hier witzige Schlafwandler mache, ich hab das früher auch selber öfters gemacht. Auch mit sehr seltsamen, fraglichen Storys. Also... Sind wir jetzt hier gelandet? Läuft ich Sturm oder was? Achso, hier, vorsichtshalber, ne? Das vergesse ich auch, glaub ich, viel zu oft. Aber das ist irgendwie bloß an den Stellen notwendig, wenn man auch wirklich, dann weh ist, man muss dann rumstrinten oder weglaufen. Der Rest ist ja fieser Jumpscare-Schwein gehabt. Aber ich lieb das ja irgendwie. Auch ein Horrorfilm, obwohl man es da irgendwie, ich weiß nicht, schaffen das, die Leute absolut nicht mehr umzusetzen. Finde ich zumindest. Ansonsten, wenn ihr anderer Meinung seid, gerne mal irgendwelche Filme oder so oder gute Horrorfilme in die Kommentare, wo gute Jumpscare-Schwein vorkommen. Mal gucken, soweit ich es denn nicht kenne, könnt ihr mich gerne eines Besseren belehren. Okay, das ist jetzt halt Sache in der Burg. Ich könnte mir denken, dass wir da rüber müssen, aber... Okay, wir müssen doch wirklich darüber... Oh, ich werd doch gleich sowas von sterben hier. Ich krieg doch sowas niemals beim ersten Mal hin. So. Mal gucken, vielleicht klappt es hier mit Geronimo. Genau, das hat im ersten Teil auch gut geklappt. Oh, Anlauf und... Geronimo! Die Latte bricht auch gleich weg. Ich seh es vor schon, die Latte bricht weg. Das war... zu hart. Oder nein? Ich schaff das. Ich... Ich rappel mich auf. Scheiß Latten. Scheiß Baufusch. Timmy? Das hat sie angehört wie eine Frau. Das war kein Timmy. Oh, da könnte man jetzt wieder einen Gag machen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Okay, dann muss ich wahrscheinlich auch lang. Ja, ja, ja. Trotzdem noch eine Batterie, eine Batterie, man. Ich hab doch immer gerne volle Batterien. Warum seid ihr mir nicht gegönnt? Da spreche ich. Ja, ich bin scheiße, ich weiß von eurem Land. Nein, braucht ihr nicht. Ich hab auch niemand wehgetan. Wo quatschen die denn? Was ich auch gerne mal wissen würde, wenn ich überhaupt gar keine Batterien mehr hab, war ich dann sowas wie ein Notfall... äh... Licht... oder so, was noch gehen könnte. Hä? Hä? Komm, ich muss hier durchkriechen und hier ist... Hier ist nichts weiter. Hopp! Ich komm hier auch nicht hoch. Obwohl, man... Das sind ein paar Stühle und ein paar Tische, Mann. Ich verscheißer mich nicht. Da drüben geht's... doch weiter. Oh. Ich hab hier auch nichts gefunden. Ah, okay. Hä? Hä? Komm ich auch nicht durch? Von hier kam ich durch? Oder gibt's hier noch irgendwie... Okay, das versteh ich gerade nicht. Mann, hör doch mal auf damit. Hä? Ich bin so blöd und zieh den Weg nicht. So. Springen wir hier rüber, Mann. Kann ja nicht so schwer sein. So. Da geht's ja eh nur wieder zurück. Und hier hinten gibt's wahrscheinlich nichts. Doch, der schwarze Spiegel. Aber der interessiert uns nicht. So, wir müssen hier durch. Kann ja nicht so schwer sein. So. Da geht's nicht lang. Äh. Da geht's nicht lang. Ja, toll. Darunter kann ich durch. Bring mir aber auch eine Schwierweite, damit ich hier... Oh. Oh Gott. Ich hab was laufen gehört. Ich komm mich doch niemals durch. Bin ich jetzt überhaupt... Bin ich jetzt überhaupt dann im anderen Ort? Nö, ne? Ach ja, es piept wieder. Hä? Na, scheiße. Ich brauch die Nachtsicht. Äh. Das ist scheiße. Ich will hier für so ein Mist nicht meine Batterien vergrünen. Hier geht er nicht hoch. Hier geht er nicht hoch. Hm. Hier geht er nicht lang. Äh. Äh. Hä? Hä? Okay, das ist so... Warte mal kurz. Okay, wenn du da nachgehst... Braucht man doch eigentlich gar keine... Batterie großartig weiter mehr. Hä? Ich versteh's nicht. Hier komm ich nicht hin. Hier komm ich nicht durch. Hier kann ich ja auch nicht irgendwie springen. Ah, gut. Mit richtigen Batterien ist schon besser. Aber ich will... Und hier komm ich her. Ich bin krass verwirrt. Wo ich jetzt hin muss. Und deshalb würde ich mal sagen... Bevor ich hier weiter... Wie der... Wie ich denn jetzt... Kriegt mir das was hier zu sein? Warte, warte. Ich will's bloß noch mal kurz probieren. Äh. Das war hier gerade auch gar nicht so ein Zweck der Sache, dass ich hier überhaupt durch kann. Ja, wieder auf. Ja, nee. Bevor ich hier noch Ewigkeiten weiter rumsuche... Ähm. Ja. Wer ich die... Okay, okay. Ich schein... Ich schein doch... Ich schein doch hier... Ich schein doch hier... Ich schein doch hier... Ich schein doch hier... Ich will gerade die Folge beenden. Okay, dann. Okay, 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 okay. Warte, 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 warte. Okay, der zoomt aber aus Versehen. Äh. Weise Männer. Wieder drin. Es ist fast so, als ob ich... Immer tiefer reingerate, je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschungen mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Das war jetzt keine Option. Aber... Scheiße, das will ich wissen. Wo muss ich hin? Bin ich hier durch? Nee, ich muss hier wahrscheinlich durch. Okay, keine Ahnung, wie ich da jetzt hinnehme. Brauchen wir das... Auch nur Zufall. Und jetzt habe ich natürlich den Jumpscare verpasst. Ach, nee. Wenn man jetzt das... Wo muss ich den Jumpscare verficken? Oh Gott. Kann ich hier rum? Huh? Kann ich hier rum? Wo muss ich hin? Ah. Oder? Wahrscheinlich wachsen. Ich muss mich verarschen. Äh. Nein. Nein. Scheiße. Warum? Ach. Ich hasse es. Yeah. Keine Batterie. Was? Nur. Ach doch, ich kann ja hier durch. Ach, so ein Dreck. Wo ist es, weil ich wieder die falsche Taste gedrückt habe? Das ist jetzt nicht. Oh, das wird sich auch nie ändern, ey. Scheiße. Okay. Okay, mach mal die Nacht sich aus hier. Ja. Halt die Klappe, komm mal auf ihn. Shit. Ich bin ein Pile of Whelp-Possum. Tiny, pink, and deaf and blind. Go find yourself a possum-titty. How would you do it yet? You cowards and idiots, all you... ...schill-means.